Auf welche Station kommen Sie denn? Station C. Darf da auch abends mal Besuch kommen? Manche Doktoren machen gern abends Visite mit. Ja, das ist eine gute Idee. Der Nächste, bitte. Moment mal, Sperling, das ist meine Züste. Wirklich? Aber natürlich. Ich habe mich schon den ganzen Tag drauf gefreut. Die Nachtschwester ist das einsamste Mädchen der Welt. Was denn das? Die gehört Charlie Bingham, der war hier. So, der war hier. Erzählen Sie mal, was findet ein hübsches Mädchen wie Sie an so einem Trockel wie Charlie Bingham? Was hat der? Wollen Sie nicht selber mal zum Arzt gehen? Ja, ich höre hier gleich auf, dann hole ich mir auch meine Medizin und Milch mit rum. Aha. Kriegt dieser Affe Bingham die Stelle? Ja. Dieser blöde Angeber. Der 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 blöde Angeber.